Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute hörst du einen Dialog zum Thema Ich stelle mich vor. Entspanne dich und höre zu. Hallo Ferdinand, wie geht es dir? Hallo Aisha, mir geht es gut. Aisha, das ist meine Freundin Maria. Hallo Maria, das ist mein Freund Tim. Hallo Maria, hallo Ferdinand. Wie geht es euch? Es geht uns gut. Das war ein Dialog zum Thema Ich stelle mich vor. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.